Im US-Bundesstaat Kalifornien kämpfen die Menschen weiter gegen massive Überschwemmungen. In Pajaro, südlich von San Francisco, musste eine Gemeinde mit etwa 1700 Bewohnern evakuiert werden, nachdem ein Deich gebrochen war. Seit Tagen fallen sindflutartige Regenfälle in der Region. Auch entlang des Tule Rivers mussten die Rettungskräfte mehrere Gemeinden evakuieren. Auch dort patrouillieren Beamte des Katastrophenschutzes an Deichen und überquellenden Flüssen. Mindestens zwei Menschen kamen in den vergangenen Tagen in den Unwettern ums Leben. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.